Hallo! Hallo! Heute haben wir was vor. Wir haben wieder 2 Kameras am Start. Wir schalten mal zum Kamera B. Guten Dank hier aus dem Studio. Meine sehr verehrten Damen und Herren hier bei MAPE Crime TV. Ich gebe zurück ins andere Studio, Jungs, haut da drüben die Kelle ein. Danke, Ausreporter. Igo, heute spielen wir Ja, Geigenrasen. Geigenrasen, Freunde. Ich würd's angefangen einfach an. Ihr seid ja nicht dumm daraus. Liebe Leute! Yo! Ihr macht einfach alles voller Striche. So, Jungs. Ja, guckt ihr dumm, oder? Ja, wir machen einmal abwechselnd ein bisschen. Das war Buchstaben, ne? Ja, das war Buchstaben. Jungs, ist Verlies. Ich glaub, jetzt müsstet ihr's mittlerweile erraten haben, oder? Also, wenn ihr's jetzt nicht wisst, dann stimmt, was ich mit euch. Du sagst wahrscheinlich A, oder? Also, es tut mir auch leid, dass es so lange dauert, aber ich bin ein bisschen dumm. Okay, lass den Stift direkt raus. Ich lass ihn direkt neben F. F? Jungs, da bin ich gespannt, ob wir hier heute einen F mit dabei haben, ja? Die Zuschauer hatten gefragt, haben wir ein F mit dabei? Und ja, wir haben ein F mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. 50 Euro gehen raus an den Jahn. Okay, das ist das einzige F. Echt? Ja, das ist das einzige F, Jungs. Das vierte Wort ist ein und. Vierte Wort ist ein und. Also, ganz ehrlich, ich dachte am Anfang echt so, Jackis wird im Game übel abkacken, aber ich muss jetzt echt sagen, Digga, ist falsch geworden. Ja, mach so einen Hügel. Mach Fehler. Mach Hügel. Ja. Es. Es ist immer gut. Es ist safe. Es ist safe. Schlaf. Ah, Schlaf. 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 Schlafwanz. Schlafschwanz. 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 Schwanz. Schwanz. Es muss Schlaf sein. Schlaf. Ich dachte, das letzte Wort ist Klasowitsch. Ist aber nicht. Klasowitsch. Ja, zehn. Seh's, ey. Schnell, schnell, yes. Weiter geht's. Was? H. Ach so. L. L, ja. Zähle sicher? Ja. Zähle sicher? Ja. Ist eingelockt. Ist eingelockt, ey. Oh, ey. Okay, okay, okay. Ich weiß das erste Wort. Das erste ist Schlafpranks. Ja. Ich weiß das Hauptschwanzung. Das Nacht ist auch sehr firm. Nein, du hast eigentlich was aufgestellt. Verdammte Scheiße, Mann. Die schlafschwanz. Wer denn? Dienen. Oh, ich komm einfach hier vom allgemeinen Nahtischwanz. Wir machen einen Speedrun. Von. Von. Oh, Spacselton, Spacselt. Was ist denn? Was ist denn? Spatseltis. Wer denn, Spacselt disease? Ja, ich bin, nee. Zu berufenden Mann. Warte, gib mal ein Stück. Oh, was ist das für ein Wort? Von Spaß. Das überschreitet dein Lodscherzes Wort. Produziert? Nein. Produziert! Was? Perfekt, Digga. I. Was ist dein Name? I. Fuck it. D. D. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sterben. Was? P. Jungen! Jungen, streng dich mal an! Hey, das kann man nicht wissen. Ja, ne, wir schaffen das schon. Was denn ran... Jo, wahrscheinlich fängt das Wort hier an. Veranstaltet. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Okay, Leute, es geht los. Neue Variante. Kein Galgenmann, sondern hier seid ihr. So, mit vier Armen. Und ihr geht jedes Mal eine Schufe zum alten Schuh. Okay, los geht's. Okay, ich... Das vierte Wort ist an. Das vierte Wort? Falsch. Ey, mal los, spielst du mir diese Reaktion? Keine Ahnung, ich wollte direkt an den Reaktion droppen, Alter. Kann man hochschaben. Eeeh. Ohhhh, okay. Der redet alles. Wärts schon falsch gewesen, wenn der nicht drin gewesen wäre, Alter. Ohhhh. Der nächste Buchstabe ist ein A. Volltreffer war das E. Ein A. Sehr gut. Mach weiter so. Okay. Ein A, okay. Ja, auch. Sehr stark. Ja, sehr stark. Geil, geil. Okay. Ein I. Jungs. Jungs bei uns läuft. Auf jeden Fall. Voller Treffer. Vokale sind hier auf jeden Fall fit drin, ja. Oh, oh, oh. Ah, Eier. Ah, Eier. Genau, Eier. Nee. Was für Eier? Ist doch mal wirklich blöd oder was? N. N. Ja, okay. Oh, das könnte ja schon sicher entscheiden jetzt. N. Warte. R. Oh, oh, ich dachte schon. Eieieiei. V. Oh, scheiße. Hatten wir S schon? Nee, ne? Sag mal S. Jungs. Gratulation. Simon. Ah, ja. Oh. Simon. Richtig. Ah, kommt hier. Das jawoll. Kindergarten. Zuschauer wissen schon lange das zweite Wort. Hä? Hä? Nee. Also ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Simon. Ach so, Desu. Oh. Ach so. Ich war bei dem gerade. Ich dachte jetzt hier gerade voll in den Typen mit den langen. Ja, ich war bei anderen Kollegen. Ist schon easy das ganze Ding. Simon Desu. Hat. In. Hat. In. H. Ein. T. Hat. In. In. Was? Eine. Eine. Ritze. Ritze. Was hat in? In. 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 In Wahrheit. Oh. Oh. Okay, easy. Ey, woher weißt du das, Alter? Ich hab's gesehen. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017